Einen wunderschönen guten Morgen aus dem total schönen Oberstdorf. Jawollo. Sonne. Ja, also neuer Tag, neues Glück. Wetter sieht fantastisch aus. Wir sind jetzt gerade auf dem Parkplatz zur Geißalpe. Wir schauen mal, was uns gleich erwartet. Heute ist schon viel passiert. Eigentlich wollten wir um kurz nach sieben nach dem Frühstück direkt los. Ich glaube mittlerweile ist neun Uhr oder halb Uhr kurz vor. Corona-Test noch gemacht, zugeparkt gewesen, beim Bäcker gewesen. Ja. Und jetzt sind wir hier. Ja, ich bin gespannt. Was man vielleicht da sehen kann, das ist, soweit wir das hoffen wissen, das ist das Rubyhorn. Da wollen wir heute nicht drauf. Ich sehe ein Gipfelkreuz. Ja, ich auch. Das ist auch schön, wenn es da bleibt. Ne? Ja. So. Alles klar. Wir suchen jetzt den Weg. Und dann haben wir Spaß. Ja. Ja. Ja.